Hallihallo ihr Lieben, schön, dass ihr wieder reingeklickt habt. Heute habe ich euch einen packenden Thriller mit Roy Scheider in Höchstform mitgebracht, der 1989 von Regisseur Peter Matheson gedreht wurde und jetzt als europäische HD Premiere von Wicked Vision auf Blu-ray im Mediabook ausgewertet wird und zwar in gleich zwei Cover-Varianten. Das hier wäre Cover-Variante A, limitiert auf 666 Stück und dann gibt es noch Cover-Variante B, die schaut so ähnlich aus, da ist nur dieser Haken mit dem Ball drauf, ansonsten schwarz und da steht dann der Titel Night Game drauf, so hieß der damals auch. Außerdem noch die, wie hieß es, ach, die Killerkralle, genau, Final Game, die Killerkralle, so hieß der Film damals. So, das ist eine zweite Disc Limited Collectors Edition und zwar die Nummer 68. Das ist also wunderbar, wenn ihr das ins Regal stellt und habt ihr dann hier so durchnummeriert, ne, hier sind gar keine Nummerierungen drauf, dann sieht das toll aus. Die sehen im Regal, ich habe die auch alle nebeneinander stehen. Ich bin ja sonst jemand, der alphabetisch sortiert, aber hier gehe ich halt wirklich auch nach den einzelnen Editionen. Das sieht im Regal echt schick aus. So, der Film selber sagt mir gar nichts, den habe ich von Wicked Vision zugeschickt bekommen, habe mir dann den Trailer angesehen und ich muss sagen, ja, das scheint ein Film nach Papas Geschmack zu sein. Deswegen packen wir ihn jetzt aus, damit ich ihn mir angucken kann. Und wenn ich ihn dann angesehen habe, dann schreibe ich euch natürlich auch ein Review. Den Link dazu findet ihr jetzt schon unten in der Infobox. Die läuft aber vermutlich noch auf die Übersichtsseite und, also dieser Link, der läuft noch auf die Übersichtsseite. Und später findet ihr da dann auch die Rezension. Unten ist noch ein weiterer Link, nämlich zur Shop-Seite von Wicked Vision. Das habe ich einfach mal so gemacht, damit ihr den Film direkt im Shop kaufen könnt von Wicked Vision und euch nicht abzocken lassen müsst, weil günstiger als im Shop kriegt ihr den nicht. Außer vielleicht auf der Börse, direkt am Stand von Wicked Vision, aber, ne, wer weiß. Also, wenn ihr den kaufen wollt, kauft ihn direkt beim Hersteller, direkt bei Wicked Vision und da seid ihr auch sicher, dass das Teil optimal verpackt zu euch nach Hause kommt, weil besser als Wicked Vision kenne ich niemanden, der irgendwie, also keiner verpackt das besser so. Ja, jetzt haben wir die Folie ab und dann können wir uns die Vorlagekarte mal anschauen. So, die ist etwas dünner, als es früher der Fall war. Ihr wisst ja, ich habe das schon ein paar Mal gesagt, Wicked Vision hat jetzt die Qualität der Mediabooks ein bisschen geändert. Meines Erachtens zum Guten. Die sind jetzt nicht mehr hochglanz, sondern matt. Auch das Papier innen drin ist matt, aber ich persönlich finde das gut. Also, es gibt ja Leute, die mögen so hochglanz Mediabooks. Ich für meinen Teil mag matt lieber, ist Geschmackssache und ja, hier ist es halt so, die sind matt. So, auch das Vorlageblatt ist etwas dünner als bisher, aber stört mich nicht. So, da haben wir halt vorne draufstehen, habe ich ja eben schon vorgelesen, dann hier auch, ja, europäische HD Premiere und dann hier unten noch die Altersfreigabe. Und auf der Rückseite haben wir Werbung für den Film 3.15 Uhr, die Stunde der Kobras demnächst bei uns. Ihr seht, das ist schon etwas länger her. Diese Veröffentlichung von dem Mediabook hier war am 26.05.2023. Einen Monat später, wenn ich mich nicht irre, kam auch hier Stunde der Kobras raus. Habe ich euch übrigens auch ausgepackt, ich weiß nur nicht, in welcher Reihenfolge ich die Videos hochlade, aber falls ich es noch nicht gezeigt habe, hier Stunde der Kobras, dann kommt das jetzt bald als nächstes Video. So, dann haben wir hier das Artwork nochmal drauf, diesmal allerdings ohne diesen ganzen Werbequatsch hier, sage ich jetzt mal, und auch ohne FSK-Flatsch, brauchen wir ja auch nicht. Und ich muss sagen, ich finde dieses Artwork hier mit der weglaufenden Frau eigentlich ziemlich cool. Außerdem finde ich auch den Titel hier, Final Game, den finde ich besser als Night Game irgendwie. Ich weiß nicht, aber ist ja Geschmackssache. Auf dem Spine steht auch Final Game. Ich weiß jetzt nicht, ob bei Night Game Night Game draufsteht. Müsst ihr ja eigentlich. Das heißt, ihr könnt euch beide kaufen, stellt ins Regal, und dann habt ihr zwei verschiedene Filme. Aber wer macht sowas? Ja, ich kenne viele Leute, die sowas machen, aber ich persönlich gehöre nicht dazu. So, dann haben wir hier oben das Glubschauge auf dem Spine, wie gesagt. Den Titel draufstehen unten, MGM und Blu-ray Disc. Aber hier ist auch noch eine DVD mit drin, hier unten steht es ja. Das heißt, wenn ihr jetzt kein Blu-ray Equipment zu Hause stehen habt, aber trotzdem diesen Film im Mediabook haben wollt, kein Problem. Hier ist die DVD quasi als Beilage noch mit dabei. So, auf der Rückseite haben wir, ja, 3, jetzt würden, ja, jetzt lachen sie wieder alle. 3 Strikes und sie ist tot. Ja, ich habe es einfach mal übersetzt, dann sparen wir uns dieses TH hier, wo ich sowieso nicht mit klarkomme. So, dann haben wir hier eine Inhaltsangabe. Dann haben wir hier einen kurzen Werbetext. Dann haben wir hier die Credits. Hier unten die Produktspezifikationen, der Blu-ray und der DVD. Dann haben wir hier das Bonusmaterial aufgeführt. Hier nochmal den Hinweis, KVA limitiert auf 666 Stück. Und dann hier unten noch ein paar Urheberrechtshinweise. Dann schauen wir uns das Ganze mal von innen an. Hier haben wir schon mal Roy Scheider aus der Weiße Hai. Ja, wir kennen ja einige. Weiße Hai auch einer der besten Filme, die je gemacht wurden, meiner Meinung nach. Und hier, ich glaube, ich habe gar nicht so viele Filme mit Roy Scheider gesehen. Außer halt der Weiße Hai 1 und 2. Aber ich glaube, das war es dann auch schon. Im Moment, jetzt so ohne groß drüber nachzudenken, glaube ich, das war es. So, hier vorne haben wir die Blu-ray drin liegen. Und hinten liegt die DVD. Und ihr seht das, die gehen wunderbar raus. Wie Sahne, könnte man sagen, kommen die hier raus. Das habe ich ja auch nicht jedes Mal. Manchmal muss ich hier an den Dingern rumreißen, wie so ein Bekloppter. Und habe Angst, dass die mir durchbrechen. Hier ist das nicht der Fall. So, ich habe schon wieder einen Frosch im Hals. So, prima. Jetzt haben wir hier das Bucklet. Das ist schön in der Mitte festgetackert, festgeklebt. Wie es sich gehört, da wo es hingehört. Ich sehe, hier in der Pfalz lässt die Farbe schon ein bisschen nach. Aber das ist vollkommen normal. Ja, wenn man hier was hat und es wird immer wieder auf und zu gemacht, auf und zu gemacht. Das habt ihr auch, wenn ihr Poster faltet. Das ist ganz normal, dass hier die Farbe so ein bisschen abgeht. Also überhaupt kein Grund, sich da drüber aufzuregen. Das ist nun mal so. Punkt. Ja, so. Bewegung habe ich eben nicht gezeigt. Nach oben und unten gar nichts. Ja, da lässt sich überhaupt nichts verschieben. In der Seite ja, aber das muss ja auch sein. Sonst könnte man es nicht umblättern. Und umblättern tun wir jetzt, wenn wir uns das Bucklet anschauen. Das wurde übrigens, ich habe es hinten drauf schon gesehen, von Christoph N. Kellerbach geschrieben. Und das sagt mir schon, ohne dass ich es gelesen habe. Es ist lesenswert, es ist informativ. Und es ist ganz toll geschrieben. Also zumindest ist das meine Erfahrung, die ich mit Booklets von Christoph N. Kellerbach gemacht habe. Das Papier, wie wir es von Wicked seit der Qualitätsänderung, sage ich mal. Ich sage immer Qualität. Die Qualität ist ja nicht anders. Für meine Erachtens ist das viel besser geworden. Ich meine halt nur, seit die das umgestellt haben und das jetzt mattes Papier ist, ist das Papier etwas dicker. Das ist es, was ich sagen wollte. Also zumindest habe ich den Eindruck, es ist dicker. Es ist auch nicht mehr so glänzend, was ich persönlich sehr, sehr positiv finde. Die Schrift ist schön, die ist groß, also groß genug, dass man sie gut lesen kann. Und hier zwischendurch immer wieder die Bilder lockern ein bisschen was auf. Ich persönlich brauche jetzt keine Bilder aus dem Film. Schon gar nicht seitenfüllend, aber ja, so ist es halt. Und man muss ja auch immer gucken, was hat man überhaupt für Bilder, die man hier rein machen kann. Oft ist es ja so, man hat überhaupt keine Möglichkeit, weil es kein Behind-the-Scenes-Material gibt oder so. Wobei hier muss man auch sagen, da schafft Wicked Vision es immer wieder, wenn es kein Bonus-Material gibt. Die treiben alles auf, was es gibt. Und wenn es keins gibt, dann machen sie selber welches. Das habe ich gerade bei der Black Cinema Collection gesehen und bei ganz vielen anderen. Da wird dann einfach von Wicked Vision eigenes Material in Form von Interviews und Dokumentationen und so weiter und so fort. Wird dann selber produziert und mit draufgepackt. Also Wicked Vision ist eines der besten Labels, wenn es für Filmfans, die es für Filmfans gibt. So, ich weiß, da ist wieder die Werbehure am Start, heißt es. Nein, das ist meine persönliche Meinung. Und ihr könnt gerne anderer Meinung sein, aber ich persönlich finde die Sachen von Wicked Vision, wenn da was rauskommt. Wenn ich lese, Wicked Vision bringt einen Film raus, auf den ich schon lange warte, dann weiß ich, dass es wenigstens auch ordentlich. Und manchmal dauert es etwas länger. Es passiert schon mal, dass ihr etwas ankündigt und dann wartet man zwei Jahre darauf, dass das veröffentlicht wird. Aber dann lohnt es sich auch. Und wenn es dann rauskommt, dann weiß man, hey, das ist die optimale Qualität. Besser geht es nicht. Und dann, ja, gut Ding will Weiler haben, sagt man ja so schön. So, jetzt habe ich so viel gequatscht, so viel die Werbetrommel gerührt, dass wir gar nicht groß auf das Booklet eingehen können. Aber ihr habt es ja gesehen. Und was soll ich euch denn sagen, was ihr seht? Ihr seht es ja selbst. Dafür seid ihr ja hier. So, das war es. Das Unboxing zu Final Game. Die Killer Kralle, beziehungsweise Night Game, wie er auch hier hieß. Erhältlich seit dem 26.05.2023 unter anderem im Wicked Vision Shop, den ich euch unten verlinkt habe. Nochmal, habe ich gar nichts von. Aber ihr müsst mich lange suchen und ihr könnt dann draufklicken und seid direkt da, wo es das Teil gibt. Und ansonsten war es das für heute. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Und wenn ja, lasst mir gerne einen Daumen da, schreibt die Kommentare voll und bis zum nächsten Mal. Bleibt gesund und wie immer, bleibt geil! Bis zum nächsten Mal.